so noch mal einen kleinen quickie zwischendurch das hier habt ihr bestimmt schon mal gesehen das ist meine heißklebepistole das ist die kk p7825 baujahr 99 ja die habe ich irgendwann mal als jugendlicher da geschenkt bekommen und ja ich benutze seitdem funktioniert auch einwandfrei wenn ich von hinten nachdrücke habt ihr bestimmt schon mal gesehen dass ich wenn ich irgendwas geklebt habe hinten gedrückt habe nun wieso na ganz einfach der hier sagt nichts mehr der hängt einfach nur fest diesmal heute muss ich jetzt wieder ein bisschen was verschaffen an heißkleber habe aber bevor ich sie in die steckdose dran reingestöpselt habe daran gedacht dass sie kaputt ist und dann können wir mal nachgucken was wir da tun können problem das hier sind so spezial bits und ja zum glück ich habe meinen schönen roten spezialkasten momentan in griff weiter also gucken wir einfach mal was wir denn hier mit machen können noch jetzt natürlich ein bisschen problematisch weil hier vorne gerade alles verklebt ist und das entsprechend gut aufgehen sollte hier oben sind auf jeden fall noch clips da komme ich nicht weiter und ja da ist definitiv einiges in kleber im innenraum gelandet der dann nicht hingehört was mich mehr stört ist dass ich hier hinten eine weiße stelle habt ich habe die vermutung dass da etwas abgebrochen ist das wäre dann natürlich schlecht gut schauen wir was wir haben wir hinten den stick der kommt hier in diese plastik hülle dann hier vorne ins heizelement das ist dann hier mit diesen wie gesagt reichlich dünn aussehenden drähten da dran aber ok scheint er zu funktionieren hier vorne ist übrigens noch ein metallring der das ganze zusammenhängt ich musste jetzt wegbiegen weil der ist so da reingeklebt also das ding hier war schon mehr verschweißt durch den ganzen heißkleber als am stück können hier mal die feder aushängen dann können wir die teile auch trennen so gut also hier auf jeden fall schon mal die mechanik hier ist noch eine feder das hier funktioniert im prinzip noch die sache ist dass hier wahrscheinlich dieses teil hier irgendwie dran gehört und das kommt ja auch wiederum hin dass das einfach nur hier so da drin sitzt ne so rum auf jeden fall nicht also der hier muss auf jeden fall hier sitzen hier ist auch so eine schiene dass der vor uns zurück gehen kann das käme ja hin klar und wenn ich drücke müsste eigentlich die kante sich in den heiz in den heißkleber stark drücken da der entsprechend mit nach vorne geschoben wird ok also die verlorene feder die sitzt wahrscheinlich dann hier unten und drückt den schlitten entsprechend wieder nach hinten das kommt hin und ich schätze mal das was hier abgebrochen ist ist ein teil was den eigentlich hier oben drin festhält moment der ist plötzlich andersrum ja das könnte natürlich auch helfen probieren wir mal so rum was er dann sagt okay das funktioniert aber der fliegt trotzdem noch da nach unten raus und das sollte nicht sein da fehlt definitiv irgendeine halterung schade schade so quick and dirty bastelrunde ja das ding hält jetzt wieder besser nicht fragen ich habe hier ein rest geholt von so einem ja röhrchen hier so ein plastik röhrchen habe es abgeschnitten habe es auf die breite geschnitten und danach mit dem lötkolben mit einem alten sozusagen dran geschweißt so ein bisschen plastik schweißen das hält zwar nicht viel aber es hält das ding zumindest mal in position dann würde ich mal sagen bauen wir das ein sprühen noch ein bisschen was an öl da dran mal gucken vielleicht habe ich noch was fett das dürfte sogar noch besser sein und dann gucken wir mal ob es wieder klappt okay das sieht gut aus jetzt wieder alles zusammen wir sehen hier den hinteren einschub und wenn ich jetzt die den trigger drücke dann sieht man das ding diese rampe fährt nach oben und nach vorne so ein bisschen kann man es ja ahnen das sollte dann am ende den stab wieder nach vorne schieben dann würde ich mal sagen laden und testen wir mal schauen das sieht soweit gut aus wenn ich hier drücke ja ich kann es nicht wirklich erkennen aber der versucht nach innen zu drücken der bleibt jetzt natürlich nicht hängen weil er vorne nicht ans heiße kommt und entsprechend nicht zurück erhalten wird aber die mechanik scheint wieder zu funktionieren wunderbar so 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 so